ARD Text im Auftrag von Funk 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 Gibt's noch einen? Ja, selbstgesicht, okay. Tom pustet genüsslich Rauch aus. Ach so, sind wir die wirklich angehen? Das macht er grad. Das dauert aber jetzt, bis die angeheißen. Das dauert, aber da gibt's so eine Rauche. Die raucht doch gar nicht! Ja, fragst du? Nimmt jeder einfach seinen eigenen Gardena-Anschluss da mit, und dann geht's beim Spiegel rein. Der Steine hat auch irgendwie so raudig aus. Ja, das gehört mir, der ist ja schon schön eingekrackt. Mit dem Gartenschleich geht's eigentlich nicht nur... Er hat einen Halbsatz. Ich sag einfach, mit dem Gartenschleich geht's eigentlich nur Bläder, oder?